Ich bin sehr froh, dass er seit Jahren aufgelistet ist und ich glaube, dass er einen tollen Job macht. Kevin hat einen unglaublichen Job gemacht. Kevin Greuter, director of Saw 6, speaking to you on December 10th, 2010. I think right now you might be one of the few countries left on planet Earth that actually has Saw 6 still playing in theater. So, you're very lucky. And I'm glad to know that so many of you have seen the film and liked it. I had a really great time visiting Germany with my wife last month, and you guys really gave me a great reception. And I also understand that today is Fisher's birthday, so happy birthday, man. You guys really were great, and I loved all the stuff that you gave me while I was in Cologne. So, thank you, and I hope that you enjoy Saw 6, the DVD director's cut that's coming out in January as well. So, something to look forward to. All right, take care, everyone. I'll see you soon. Jetzt könnt ihr noch etwas Tolles gewinnen. Kevin hat uns ein Autogramm hinterlassen. Ihr könnt es ganz einfach heute gewinnen. Um zu gewinnen, müsst ihr nur eine kleine Aufgabe bewältigen. Schreibt Kevin einfach eine Weihnachtskarte, und wir werden die besten Ergebnisse Kevin schicken. Derjenige von euch, der die beste Weihnachtskarte für Kevin macht, der bekommt das Autogramm. Das war das Video Log 2009. Wir sehen uns erst wieder nächstes Jahr. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jahrhund. Untertitelung. BR 2018